So, da hinten sind unsere Geiseln 616, da hinten alles klar bei den Geiseln? Alles, Roger. Okay. Ich hab irgendwie das Gefühl, hier stimmt was nicht, weil hier dieser komische Heli die ganze Zeit rumschwebt. Das kann hier nicht in Ordnung sein. Der schwebt mir komisch. Hallo Freunde! Vorsichtsmaßnahme. Oh Gott, wer ist das denn? Der scheiß 007. Wie ist der hierher gekommen? Scheiß 007? Ich verbitte mir diesen Ton. Ich hab gehört, hier gibt es zwei Leichen auf. Der Bösewischchen. Hey, hier drüben. Flucht. Flucht. Der Bösewischchen. Geht's euch allen gut da drüben? Flucht, Carle, du musst was unternehmen. Hören Sie auf zu schießen. Bleiben Sie zurück. Lassen Sie die Geiseln gehen, das hat gar keinen Grund. Oh, äh. Ich glaub, der Geiseln nicht macht... Was, ehrlich? Wo denn? Ich seh die gar nicht. Ja, die sind hinter mir. Die gehen gleich hoch, Sie müssen uns irgendwie retten. Jetzt verprügeln wir ihn. Bitte, was? Jetzt oder nie. Nein. Okay, wie richtige Männer. Oh, wir müssen treffen. Wir müssen... Nein. Nein, wie richtige Männer. Alles gut, alles gut. Keine Angst, keine Angst. Bleib stehen. Alles wird gut. Er muss immer einmal fallen, bevor er wieder aufsteht. So, wo seid ihr? Kommt hoch hier. Meine Güte. Wir haben nicht... Na? Da bin ich wieder. Was? Was? Du hast einfach die Leichen getötet. Die Leichen getötet. Äh, die Leichen getötet. Äh. Die Gefangenen getötet. Runter mit euch. Ich nehme noch. Ah. Nein. Schlag ihn. Oh, ja. Das hat gesessen. Das hat gesessen. Die Polizei. Oh nein, Gott. Da oben, wenn der Kampf ist. Oh Gott. 007 wurde erschossen. 007 wurde erschossen. Ich will sterben. Von seinen eigenen Leuten. Wie kann das sein? Das ist doch gar nicht möglich. Alter. Schießen die mich einfach. Ich werde euch rechnen. Nein, ich habe gar nichts zu melden hier. Sag mal, was war das denn jetzt gerade? Aus welchen... Ich habe keine Ahnung. Ja, ich meine, aus welchen Film? Das war nicht wirklich irgendwie eine Szene aus dem Film, glaube ich. War nur angelehnt an alle anderen Filme. Okay, angelehnt an James Bond. Mission Impossible irgendwas. Ja, irgendwas. Die typischen Szenen halt mit bösen Wichten und bla. Es ist nur halt mit Sad End statt Happy End. Ja, irgendwie... Ja, genau. Oh Gott. Du bist ja nicht immer in Happy End zu sein. Jetzt haben sie uns auch. So, ich komme hier mal in Baby. Ich muss sagen, von Zeit zu Zeit ist das Spielen, also das Bauspielern, was wir versuchen, echt schwierig. Wir hatten aber auch... Gerade haben wir uns auch weniger abgesprochen als sonst. Ja, ja, das war halt eher spontan. Genau. Beispiel bei Twilight. Bei Twilight war das was anderes. Ja. Wir haben sogar richtige Texte von Valoria gekriegt. Was? Von mir? Ihr seid hier die Profi... Oh, Entschuldigung. Boah. Nein, tut mir leid. Ich wollte einfach nur hier drauf landen. Voll weggerollt worden. Huch. Boah. Ich bin einfach runtergefallen. Wollte, was ist denn hier los? Was machst du denn da schon wieder? Ich wollte landen. Sei mal nicht so aggressiv hier. Ich will mitfliegen. Ja, ich will jemand anders auch mal fliegen. Ich bin echt nicht. Ich bin echt nicht. Du kannst doch nicht einfach aussteigen. Oh, ich bin tot. Ich muss in die Flugschule. Ich muss nicht. Ich bin tot. Das hast toll gemacht. Ich stehe es hier immer noch im Heli. Aber wir parken da unten die Bullen gerade zu. Das ist auch ganz lustig. Die kommen hier nie wieder raus. Aua. Aua. Hört auf auf mich zu schießen. Verdammt nochmal. Ich habe nichts getan. Reloading. Boah, die aggressiven Menschen, die hier rumrennen wieder. Einen letzten Film können wir ja heute noch für die Aufnahmesession machen. Einen letzten Film. Das Auto gut. Ernsthaftestein. Boah. Oh. Was ist denn da passiert? Bist du ausgestiegen? James. 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 Ey. Mein Auto. Mein Game ist Auto. Nein, ich wollte dich unter. Nein. Oh, steig doch ein. Rishi, ich glaube, ich werde sterben. Helikopter. Boah. Toll. Ui. So. Wer will sich denn den Film... Rishi, du kannst dir auch mal eine Filmszene raussuchen. Boah. Hat Rishi gerade Zugriff auf Twitter? Auf den Hashtag? Weiß es nicht. Rishi hat aber, glaube ich, auch Twitter. Bumm. Weiß es nicht? Bumm. Rishi hat, glaube ich, gerade was geschrieben. Und ich kann es aber nicht lesen. Kann jemand von euch gerade auf den Chat zugreifen? Nö. Hat sie geschrieben. Nö. Nö? Achso, ich dachte, du meintest jetzt... Nö. Einfach nö. Ganz einfach nö. Okay, dann... Curry. Was denn? Wieder? Ja, ich müsste man, glaube ich, länger nicht. Was machen die denn da? Werden noch Forrest Gump zur Auswahl? Ja, Forrest Gump auch, Forrest. Oh, eine Schachtel Pralinen? Dann müssen wir ja nur zum Santa Monica Pier vor, an die Babas Barsch, Baba Dings, Baba Gump, meine ich. Ja, stimmt. Ja, den könnten wir machen. Wobei ich dabei auch nicht wirklich eine Ahnung habe, irgendwie. Also ich habe den Film gesehen, aber mir fällt jetzt auch kein spezieller Dialog ein, außer das Leben. Es wurde auch noch sowas gewünscht wie Susi und Sträuch und sowas. oof. Ja. Langsam hieter ab, fange ich auch gut. Können wir. Ja. Fangen wir jetzt mit den Disney Filmen an. König der Löwen. Ja König der Löwen wird sich wirklich gewünscht und dazu hätt ich echt noch ne Idee, wir stellen uns einfach auf so'n Berg vor so'n Hang und einer ist halt hier Simba Und der andere kickt ihn halt einfach runter Boah, stimmt Das ist doch der König der Löwen, ich geh dir auch Rishi, ich kann irgendwie nicht einsteigen Boah, König der Löwen, alles klar König der Löwen können wir von mir aus auch machen Oder wir machen, wir machen Hakuna Matata Ja, Helikopter ist verbrannt Hakuna Matata? Ja von König der Löwen Und ich bin Pumba In den Tod gesprungen Ich geh' halt von der Zeug' die Sorgen Sorgen Bleiben dich immer fern Keiner nimmt uns flieh Wieso noch flieh Hakuna Matata Hakuna Matata Hakuna Matata Hammer Curry, hast du ja schon mal überlegt ein Album aufzunehmen? Nein Ja, aber ich Ich fand das grad ziemlich überzeugend Ja, natürlich Guck mal, James Bond haben wir gerade schon gemacht Autsch Von wem war denn die James Bond Idee? Äh, boah ja, das sollte ich mal nachfragen Boah, jetzt sind sie akro die Bullen Da haben sie viele James Bond geschrieben Ja, haben echt viele geschrieben Äh, warte mal, ich guck mal Muffins? Ne, nichts Muffins Hm War nicht Muffins Die nettes Art Hallo Liebe Grüße Hat sich übrigens auch äh Star Wars gewünscht Stehe ich grad Okay Speedfire von der Katharina Dann hatte die Jule noch was Pseudonym hab ich jetzt gelesen vorhin James Bond Das ist auch Pseudonym Wie? Pseudonym Ah, vielen Dank für die Idee Ja, der Däfel weg Am Pseudonym Ähm, wir haben hier von Mumma Äh, ich bin für Hangover Ihr betrinkt euch Und seid dann in ein Apartment Doch ihr wisst nicht, was geschehen ist Hatten wir sowas ähnliches Hatten wir ja auch schon mal gemacht Oder der Nico-Jack-LP sagt Die komplette Fast and the Furious Reihe Wurde sich auch ganz oft gewünscht Ja klar Spielen das eben kurz durch Wie wärs, sollen wir, sollen wir Hangover Also als Abschluss, sollen wir das machen? Ja, das können wir eigentlich machen Wir machen Hangover, ja Dann müsste uns kommen, ey Die Eiche ist in ihrem Apartment Okay, wir wachen dann einfach auf, oder was? Dann muss dann ein Boom Ja, wir besaufen uns vorher Und dann wachen wir da auf Okay Da hatte ich noch Fufu dann ein, aber Einer muss halt ins Apartment und die anderen einladen Aber wir haben keinen Tiger Ja, wir haben gar keine Reifen mehr Doch da haben wir einen Tiger, wir haben die Eichen Die haben doch da den, die haben halt einen Leopard Das stimmt Leoparden-Shirt Wir haben irgendwie keine Reifen Wir haben irgendwie keine Reifen Was denn? Ach ja, geht ja überhaupt gar nicht mehr So, welches Apartment müssen wir hin? Boah, was ist da los? Jetzt können wir uns einladen dann Ach stimmt Ach, stimmt Ach, jetzt geht ihr dann schon mal ins Apartment und ladet uns ein? Ab ins Apartment für euch Ja, wir sind auf dem Weg Okay Ab ins Apartment Ab ins Apartment Ab ins Apartment Es wird allerdings ne Cruise Es ist ne Cruiser Nummer Ohne Reifen Ja, eine Cruiser Nummer Ja, ihr kriegt das schon hin, ne? Geht so Verdammt Was? Er zweint hinter dir Was? Er zweint hinter mir? Ja Du sitzt bei mir im Auto drin Ich bin auf der Rückbahn Kacke Das wird natürlich nicht funktionieren Was denn? Hier ins Live-Invader-Gebäude mit ner Haftbombe rein Natürlich wird's nicht funktionieren Ma, ist natürlich voll blöd, wenn man dann hier so alles sehen kann Aber es ist einfach nicht funktioniert Wir müssen hoch, wir müssen hoch, okay Statusbericht von den Alchemisten Wir sind bald an der Wohnung, allerdings haben wir auch ein paar hundert Beulen dabei Also alles so wie immer Okay Ja, genau Die Alpen Misten Die Alpen Woah, 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 woah Let's slide Eisschleuder Eisschleuder was? Eisschleuder was? Eissbahn? Eissbahn? Eissbahn Boah, jetzt ein Eis Boah, jetzt ein Eis, ey Da können wir so reingucken Wir müssen uns echt mal ins Live-Invader-Gebäude reinglitschen Warum? Ja, weil wir da reinkommen Weil's da so cool aussieht Ja So bunt und, und, äh Ideen fördernd Jetzt grad im Augenblick sitzt der Michael, aber ziemlich pummeliger Michael Hm? Pummeliger Michael, seid ihr im Haus drin? Pummeliger Michael Ja fast, also wir sind, wir laufen grad noch ums Haus ein bisschen rum Aber wir sind quasi fast drin Ich glaub ihr solltet euch töten lassen, Leute Dann werdet ihr vielleicht schneller im Haus Ach ja, stimmt Aber ich weiß es nicht Aber die haben den Spawn, die sind gar nicht da Hm? Vielleicht aber auch nicht Hm? Curry Frakes Und da hast du 616 Oh, wie glaubt, ey Boah, die bescheuerten Also da steht das Facebook-Gebäude Entschuldigung, da steht das Facebook-Gebäude Einfach so ganz normal auch in L.A. rum und wir haben's nicht gesehen Oh Oh Die Eichemisten, warum haben wir... Wir hätten da einbrechen können Bestimmt ist das total einfach Das stimmt Hm Wir hätten was verändern können Komm her, Mark Zuckerberg Ja Die Eichemisten ist gestorben Was? Aus Versehen So? Passiert manchmal So Als nächstes ist dann also Hangover Habe ich gesagt von wem das ist? Sag's nochmal Moment Hang Over Hang Over Hangover 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 Oh, jetzt finde ich's gar nicht mehr Moment Guck So Bifi Scheuss schreibt Bifis Einfach Bifis Das ist der beste Hüte Von dem Bifi Von der Mama ist das mit dem Hangover Ja Einfach Bifis Ich will ne Bifi haben Bifi-Zeit Bifi-Zeit Ja das ist die Bifi-Zeit Die Bifi-Zeit Weil die Bifi-Zeit Bifi ist auch die Zeit Und Bifi-Zeit So, da hattest du jetzt extra noch dein Lied Weil die heißt ja Bifi auch Ah Bifi Das mit dem Album war echt ernst gemeint Leute, ihr müsst in euer Haus Das Album entwickelt sich, bald haben wir genug Ich hab dich so lieb Ja, wir sind drin Ihr könnt klingeln Nee, kannst uns einladen Dann sind wir alle sofort drin Wie geht denn das nochmal? Äh, auf Select drücken Und dann Heißt das überhaupt hier noch Select? Ich klingel bei euch Ich klingel bei euch Ich klingel bei euch Ich klingel bei euch Aufs Handy gucken Und dann nehmen wir die Einladung an Wir legen hier gerade schon mal ein bisschen vor Ich klingel bei euch Ich klingel bei euch Ich hab dich schon eingeladen Du müsstest wirklich Kann ich das noch hier rein bringen? Ja, ich komme Ich höre ein Heli Hallo So Kontakte Kontakte Und Fufu Opala So, da sind wir doch Hallöchen Okay Schick, schick Would you like some more? Einladen Nicht in mein Apartment In das Apartment Ich hoffe mal die kommt Aber ihr habt bestimmt auch noch Rishi? Warum hast du eine Maske auf? Und was für eine? Wie das aussieht Wie das aussieht Ja So, da haben wir Ich hab mir den Whisky Boah, ihr habt eine echt schöne Aussicht Ah, direkt aufs Observatorium Schick Schau mal Ähm Wollen wir denn hier Haben wir mal was peines? Oh, zum Teufel So Total Hangover Können wir denn hier noch was trinken? Alle Zapfsäulen sind besetzt Ja, alle Zapfsäulen Hast du Bier bei? Also da gerade Da ist gar nichts Da ist gar mit dem Deckel los Der tanzt da so komisch hier Bei uns ist es so langsam zu Ende Ah, Rishi hat Bier bei Ja, hier fängt es gerade so leicht an Die Nacht beginnt Oh ja Was ist los Alle Was Formen Überall Oh Ich darf doch gleich mit dem Kopf aufwachen Die mit dem blauen Pulle sieht man doppelt Ich hab jetzt Oh, wie seh ich denn aus? Du musst mehr trinken Rishi, deine Brüste hängen so tief gerade Ähm Äh Aber sonst geht's Äh Wieso trink ich denn jetzt in dir drin? Party Was? Siehst du bei uns? Du stehst in uns drin Ja, ich auch Wir trinken durch dein Gesicht Ja, das machen wir öfters Ich glaub ich lege mich mal hin Wupp Oh, jetzt bin ich dran, ey Oh Was ist los? Du brauchst noch einen kleinen Absacker, glaub ich Ich glaub wir müssen ins Bett Irgendwo hin Dann macht das mal Dann legt euch mal ins Bett, Leute Nein, 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 nicht ins Bett So, Bett Das ist jetzt mein Bett Das ist jetzt mein Bett Was ist denn voll Equem gerade? Da komm ich wieder Was ist los? Was ist los? Das ist ein Partyvoll Ihr werdet es schaffen Ihr werdet es schaffen Warte, ich stehe auf Kommt nicht an Khaled vorbei Mann ist das hier eine wilde Party War das wirklich Alkohol? Ich weiß es nicht Rishi Hörst du zu trinken? Da ist es nicht gut Hörst du Rishi Puppeln Ich kann nicht Da Wie ist mein Puppel? Boah, wie lange er besoffen ist Ja Boah, ich geh jetzt nachtanken Und wie erst er da ist Waaah Waaah Ihr hört mal Ihr seid ja voll die Weicheier Der Curry ist schon am Sau Ich muss da weiter am Sau von da oben Und wenn ich tricke es durcheinander Ach, Scheiße Nein, nein, ja, ich... Oh, oh Was ist das? Es geht doch nichts über einen schönen Rotwein Oh Ich will da nichts trinken Warum? Noch einen Schluck Oh, ja Oh Ich lege jetzt andere Musik auf Waaah Besoffen Damit ist nichts zu spaßen So Danach sind wir glaube ich wieder nüchtern Au, au, au Nein, das ist doch gar nicht so Ich geh mal Wuhu Ich bin gar nicht besoffen, aber War irgendwie auch schon, also Wuhu Ja, der Wein ist feil Der Wein ist feil Juhu Und bei den hier Jetzt gibt es noch mehr Wein Nein, doch nicht Ist das so eine Flasche? Hinsetzen War das nicht mal so, dass wenn man besoffen war und dann quasi die Gong hatte, dass dann... Der betrunken halt so schon weg war? Ich glaube nicht, weiß aber nicht Ich meine, das war mal so Gle Gott, ich bin besoffener erst die ganze Zeit Das hört nicht mehr auf Oh Gott Ja, noch ein und dann kann ich hier nicht weinen Und dann kann ich hier nicht weinen Oh, was haben wir denn denn essen und trinken? Ich bestelle mich Boah, ist das fette Partie Was ist die Stripperin hier? Boah, ich brauche eine Kruschenkrabepitre Boah, ich brauche eine Kruschenkrabepitre Boah, ich brauche eine Kruschenkrabepitre Ich kann kein Whisky trinken lassen hier los Das geht die A-Lied, hört ihr es auch Vom Intro Äh Ah, ne, es ist doch nicht Hab mich vertan Wuhu 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 Shoreinsky Hat sie nicht mehr alles was Wuhu 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 Wuh Ja Wuhu Wuh Wuhu 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 Nein, der macht Beweis für das. Entschuldigung, ich wollte da gar nicht hin. Ja, wenn ich mich da vorstelle, siehst du da meinen Kopf? Wenn du da durchguckst, ich glaube eher nicht. Doch. Aber so, nicht so ganz. Doch, jetzt sehe ich dich. Noch einen Schluck. Noch einen Schluck, oh ja. Bin gespannt, wie viel in dieser Flasche drin ist, ey. Sie ist unendlich, die Flasche. Ohne Boden. Geil, wie lange man hier besoffen ist. Ja. Hört echt nicht mehr auf. So war ein Schluck noch mal. Ey. Ey. Ihr klaut mir einfach. Uh, endlich besoffen. Ich kann. Party hard, ich muss auf jeden Fall hier tanzen. Gute, gute Nacht. Ich muss auf jeden Fall tanzen. Wow, fuck, fuck. Los, Pandori, ja los. Ich will. Ich will auch. Ich kann nicht, ich schaffte es nicht. Winken, pst, oder Fotografie, DJ, homie. Was macht er denn da? Tanzen. Tanzen, du musst tanzen, ja. Ja. Wow. Wow. Wow, das sieht wirklich geil aus. Hier los. Wow. Man besoffen, das sieht ja so gut aus. Wow. Noch ein Schluck. Ja. 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 Seins. Ja. Ja, Planete Atme, aber da ist doch nicht dabei. Ja. Stimmt. Diep, 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 diep. Diep, 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 diep. Wow. Ich kann irgendwie nicht besoffen werden, warum auch immer. Iiih. Sind hier alle voll bei. Oh, jetzt schlackert hier aber das Bild gerade. Ich glaube, ich werde wieder nicht tun. Ja, irgendwie geht das wieder weg. Aber wir sollten mal schlafen gehen, Leute. Das stimmt, das sollten wir. Diep, 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 diep. Oh, ich schlafe auf der Couch. Okay, ich gehe ins Badezimmer. So. In die Dusche. Gute Nacht, Leute. Gute Nacht. Ich genehmigte nur noch ein Schluck. Das reicht. hinlegen einmal hinlegen auf die Couch oder hinsetzen ist mir auch egal sehr schön so was war das denn für eine Nacht das war echt eine krasse Nacht alter wieso sehe ich aus wie ein Clown was ist denn das für eine Katze wieso habe ich keine Maske auf was haben wir denn hier an überhaupt wir sind aus wie ein Tier ich brauche einen kleinen Konterwein was ist denn hier für eine Sauerei wer hat das denn gemacht warum ist Currywurst hier ich dachte der wäre tot ja tot das hört sich aber anders an oh wer bist du denn du Affe warum hat Rishi so eine komische Maske auf ich weiß nicht warum bin ich warum bin ich in dem Apartment wir haben den Leopard in der Wohnung was den lustigen Leopard oh Leopard ist das nicht ist das nicht Mecklemore und Rishi fehlen ganz viele Zähne ja das ist Mecklemore als Leopard achso als Clown Leopard und warum erstmal erstmal Gemüsesaft hier warum denn ein Clown ich gehe erstmal duschen oi Gemüsesaft geht nicht weil ich bin schon besetzt dann mache ich mir einen Kaffee geht alles nicht wir mussten Konterwein trinken was ist was ist Leute komm mal hier runter wir haben wir haben hier ein ein Löwen im Badezimmer ein Löwen ja oh Gott ich muss da rein ich würde nicht sagen dass du da reingehst lieber vorsichtig ne ja oder einfach gar nicht reingehen nein ne ich will da nicht reingehen nein oh Gott der wird zerfleischt ich kann mit ihm kommunizieren was von Achtung zu Löwe genau versuch's mal aber vorsichtig mach die Tür zu oh ich guck mal durchs Schlüsselloch warte pass auf nein die reden nicht oh ist der Löwe die schmusen da so komisch drin warum ist das nochmal alles cool was der Löwe warum ist der 16 dabei nackt ein Spaß was ist los hör mal was ist denn warum seid ihr schon wieder besorgt was seid der Konterwein was seid ihr denn für Schnapsdrossel ich geh jetzt in die Garage und dann guck ich mal was da noch so abgeht vielleicht sind da auch noch irgendwelche lustigen Sachen unten was in die Garage was soll denn da lustiges passiert sein das passiert doch gar nicht keine Ahnung ich will aber einfach nur in die Garage hä hey das ist aber nicht die Garage die Garage ist auf einmal ein Zimmer geworden ne Moment warte ich bin ja falsch so oh mein Gott geht's euch gut geht's euch ja 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 ehrlich alles ok alles ok ok hab in die Garage äh ähm komm garage hä 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 ähm hä oooohh jetzt sind wir besoffen in der Garage ich bin die ganze Zeit bekifft oh du bist die ganze Zeit bekifft ja mein Bildschirm weiß nicht ich glaub jemand hat mich ans Tropf gehängt irgendwie weiß ich keine Ahnung guck mal wie wir jetzt besoffen durch die Garage fallen steigt mal in ein Auto Leute ihr solltet nicht in ein Auto steigen setz dich besser hin also setz dich besser in ein Auto damit du sitzt meistens fällst du noch um ich will mit euch fahren ja wir nehmen den Bus den Bus ist das eine gute Entscheidung alle rein da der ist so schön blau oh Leute wir müssen auf oh nicht hinfallen alle rein da oh Gott wir haben keinen Zutritt ah doch pass auf Leute pass auf Leute mit den Autos was ist jetzt wohl passiert? wer fährt denn? äh ich nicht ich auch nicht ich glaub wir fahren wer fährt denn? vor allem fahren die Besoffen wartet auf mich alles klar oh oh wartet wartet ich will einschneiden Curry wo warst du? wie konnte das jetzt denn passieren? ich will einsteigen Basel ja ja alles ist gut passt nicht rein wie passt das? sind da nicht genug Plätze? fünf Leute nicht mal ich will nicht mit euch fahren wenn ihr besoffen seid oh die fahren super ich fühl mich auf jeden Fall ja die fahren ja besser die fahren ja passt besser oh Leute die Tür ist hinten noch auf wo müssen wir hin? ich lebe mal um nein was auf ihr werdet ihr habt einen Menschen ermordet ihr habt den angefahren seid ihr bekloppt? angefahren angefahren und ermorden ist ein Unterschied hallo der steht gleich wieder auf da war voll die Blutspur dahinter der steht das war nur Saft das steht gleich wieder auf Leute wir müssen hier raus wir müssen uns von den ich glaub auch wir sollten besser aber oh wir wollen ein neues Haus bauen das ist schön hier bauen wir ein Haus aber soll nicht jetzt guck mal wie das jetzt aussieht mit den Reifen ich steig aus ich steig glaub ich auch aus der Staub hinten sieht so geil aus wir müssen die Polizei rufen los lass uns hier in irgendein Haus einbrechen und uns verstecken ja 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 Hilfe wohin ich bin torri jemand zu Hause ah hier komm ich durch ja ich komm mit ok mal gucken vielleicht können wir hier in irgendeinen Vorgarten rein ah hier ist es gut gibt's hier einen Pool ja es gibt einen Pool nein wenn der Flo das erfährt oh nein ich hab das Wort Pool gehört nein 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 wir haben gar nichts gesagt das ist nur ein See das ist kein Pool das ist hier ist kein Chlor drin wo ist das kein Oster Pool nein hier ist kein Pool verdammt und schon gar nicht in den Zustand solltest du in den Pool reingehen nein da kommen sie nein er will in den Pool schnell rausziehen davon ist auch ein Jacuzzi was wo auf der anderen äh gegenüber da in die Richtung die wir gerade gehen ich will nicht mein Jacuzzi da ist ein Jacuzzi was Jacuzzi 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 Action Jacuzzi wo ist er da ist er ah zack ah ist das schön warm hier drin passen wir alle da rein ja super oh Schinnerung komm auf oh wie schön jetzt alle hier rein so wir müssen aber was wir müssen reinfallen oh ist das schön ich will mich hinsetzen ähm und jetzt Jacuzzi Battle was komm her boom ja das war übrigens Hangover endet in einem Jacuzzi Battle boah ich bin tot einfach getötet wir haben James Bond einfach umgebracht boah ja ja uh es tut mir leid es tut mir leid ich bin Jacuzzi Battle auch tot auch tot zwei liegen tot im Jacuzzi werde ich 616 fertig 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 sag 16 wehrst du dich jetzt mal nein so ich drück gar nichts mehr oh Paris schiebt das einfach nicht du hast ihn einfach kaltblütig umgebracht ja ich sehe auch gerade echt böse aus scheiße nein Rishi warum hast du das getan sie hat sich selbst umgebracht oh nein sie wollte mit so einer Person nicht mehr zusammenleben das war die schlimmste Strafe überhaupt scheiße ich muss Strafe oh ich wollte gerade Feuer machen vor allem den Arsch so in die Luft weiße jetzt kannst du Feuer in der Hölle machen mäh scheiße oh wie sieht es denn so aus so zeitlich folgenenden mäßig ja wir müssen uns ja noch auf den Endscreen vorbereiten seelisch und moralisch seelisch und moralisch ja das stimmt ja was machen wir nur bei da kommt voll das mega Ende jetzt ähm ja ähm was machen wir denn da was machen wir denn da was machen wir denn da knallbonbons und pinatas das hört sich gut an das hört sich wirklich gut an pinata pinata komm dann sagen wir jetzt mal schluss knallbonbon ja es war auf jeden Fall wieder schön heute ja es war wirklich wieder schön biba boobibu bin schon gespannt was wir beim nächsten Mal machen neue Filme Blockbuster und andere Highlights mit Cory Frakes Bondoria The Last of the 16 boah und wir haben noch keinen Namen für die Alchemisten den könnt ihr uns ja mal unter die jeweiligen Facebook Alchi Affleck ist das nicht der geilste Pool hier der ist echt cool falls euch ein Name für die Alchemisten einfällt immer her damit ja gerne ruhig im Wortspiel mit Slamassive oder halt mit den Alchemisten ja ich glaube ich übrigens gestern in Final Fantasy da kam ganz viel mit Alchemisten und so da muss ich lachen so okay und äh wir sehen uns wieder äh beim nächsten Mal und ich würde mal sagen Tschüss 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 Tschüss